Hallo und Willkommen zurück zu Scribblenauts Unlimited mit mir Demiko und ja dann fangen wir gleich an ich habe jetzt nachgeschaut wo man die gedownloadeten Sachen bekommt Ach hier sieht man jetzt Splitt und so und dann werde ich nachher gleich ein paar einsetzen Tintenfossgymnasium So und dann gucke ich gleich nach und zwar im Objekteditor Und da ist nix Also Da Tja eigentlich habe ich ziemlich viele runtergeladen aber Anscheinend doch nicht Egal Es sollte wirklich etwas oben auf diesem Mast sein dass man grüßen kann Flagge Ich will Alitium lachen bringen Okay es hat nicht funktioniert Boah lag so ich möchte jemanden treffen der in der Mitte seiner Karriere steht wie jetzt Ein Karriere Heinz Komm näher um mich zu sch- Achso das ist so ein Ding Hilf beim Gewinnen der Wissenschaftsmesse indem du ein gemeines Wesen erschaffst Die jährliche Wissenschaftsausstellung steht an Hilf der Schülerin dabei eine Lebensform zu erschaffen und zu gewinnen gibt er aber über zuerst eine Nahrungsquelle Es Nun benötigt sie etwas Wärme um vernünftig wachsen zu können Ähm Heizung Ui Wow sie wächst Als nächstes sollte ich hier etwas geben das der Körper eines solchen Wesens brauchen könnte Knochen Ähm ok Jetzt beginnt es zu wachsen Jetzt sollte ich dem Wesen dabei helfen sich in die Gesellschaft zu integrieren Wie integriert man sich mit einem Hut Ähm So Das Wesen braucht noch einen Namen platziere Buchstaben auf der Leinwand und betätige den Schalter So 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 Jeffrey So Jeffrey Yeah Riesenpokal Riesiger Trophäe So 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 Ja, sicher. Ach, komm schon. Kiste. Gefängnis. Nio. Schütz mich vor dem Ballwürfen im Völkerball. Komm schon. Äh, Bunker. Moment. So. Mauer. Schutz. Platziere etwas in meinen Topf, dass ich den Schülern zum Mittagessen servieren kann. Leckerer Kantinenfraß. Dieser Spielplatz ist langweilig. Er könnte ein paar interessante Attraktionen gebrauchen. Wow. Wo ist denn da noch jemand? Da. Platziere ein Tier für die Klasse. Genau. Jetzt will ich noch mal gucken, ob das nur irgendwie vielleicht... Ah. Meine schön gedownloadeten Sachen. Genau. Dann haben wir das hier. Und gehen raus. Und machen gleich das nächste. Vielleicht ein kleines. Aber die sind alle so groß, dann machen wir gleich. Majuskelgrotte. Was ist eine Majuskel nochmal? Ist das nicht so ein Buchstabe am Anfang vom Buch, wenn er so ausgeschmückt ist? Oder vertue ich mich da? Gorgune. Hilfe, sorg dafür, dass die einsame Medusa einen Partner findet, damit sie uns in Ruhe lässt. Schlange. Schlange. Liebevolle Schlange. Da. Da. Da müssen wir sie einfach irgendwie... Liebevolle... Mh.... ... Da. Lamia. So. Da. Ähm. Ich angle schon den ganzen Tag, fange aber nichts. Fisch. Oktopus. Ich bin zu hässlich für die Liebe. Schön. fliegende lupe meine fliegende lupe ach so da geht es zu einem anderen ding lol die hat sich selbst versteinert ok also ich brauche vorräte für großmutter einen kuchen das ist wirklich kurz da kann man doch irgendwie draufklicken genau als snack für großmutter herz schmerz medusa da das großmutter haus farbe gegeben vielleicht wegen dem oktopus wegen der tinte ich will mir von diesem Brunnen etwas wünschen münze heute ich will auch ein einhorn regenbogen farbenes einhorn fliegendes grooviges goldiges hübsches moment und schnelles mechanisches yeah hilfe hilfe verleihe meinem haus ein adjektiv um sie davon abzuhalten es aus aufzufressen und genieß bar yay das sind die oktopusse regenbogenfarbenes fliegen des goldiges hübsches also da hilft dem pionier auf dem oregon trail nachher das hat man mal in englisch dieser pilger geht richtung westen aber was ist sein beruf gibt ihnen objekt um ihn bauer schreiner bank hier mist gabel du bist ein bauer mein ochse ist an typus gestorben er schaffe ein tier um ihn zu ersetzen und ochse ist ja genau das gleiche tier aber anscheinend doch nicht mein essen wird knapp und ich weiß nicht wie man jagt erschaffe jemand der es mir beibringen kann jagd lehrer und 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 da ist ein jagdschein und 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 ja tut ja fleisch ich habe es zum ende des wegs geschafft ich habe jetzt ein heim für mich bauern hof bau blauer tot das ist vom pc hammernice vom pc der blaue bildschirm haus und wieder die musik kann man schön abdance richtung ist gesamtstar level vervollständigt echt ist das level verfolgt ob man nur ein kleines machen sollen und ein ganz kleines geht es groß okay dann würde ich sagen dass keine kleinen mehr gibt war es das für die folge und ja dann bis zum nächsten mal ich hoffe es hat euch gefallen und tschüss